Also gut, Leute. Willkommen zum Viertelfinale, ja. Ich habe aus Versehen das Achtelfinale nicht aufgenommen. Also es hat nicht aufgenommen, mein Programm. Aber wir sind jetzt zum Viertelfinale. Gegen Belgien. Ist doch was. Ich ändere mein Trikot mal. Ich hätte auch gerne mal wieder weiß. Mach doch, Bruderherz. So, Seitenwahl. Und du machst einen auf den. Ja, ja, ja. Interessant. Es ist wieder auf Weltklasse gestellt, Leute. Ja, Leute, die Weltklasse, wo ich auch gegen Schweden verloren habe. Ja, Leute, ich will mich nicht daran erinnern. Es ist einfach zu heftig. Aber es tut mir leid, dass ich das Achtelfinale nicht aufnehmen konnte. Es war eh eigentlich viel recht langweilig. Das war gegen Spanien. Okay, so langweilig war das gar nicht. Aber ich habe es gewonnen mit einem 2 zu 1. Mit einem saftigen 2 zu 1 sogar. Ach, das war doch echt nicht nötig jetzt. Danke, Ehren voller Schiedsrichter. Ich hätte direkt eine Runde gegeben. Als V sah ich eigentlich brutal aus. Ja, äh, Belgien ist nicht schlecht. Oh. Oh. Wow. Sie finden da. Da, 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 da. Wuhu. Wuhu. 1 zu 0. 1 zu 0. 1 zu 0. 1 zu 0. Auf Weltklasse. Im Viertelfinale. Gegen Belgien. Oh mein Gott. Oh Gott. Das ist so geil. Das ist so geil. Das ist so geil. Der Angriff war so gut. Also, da führen wir 1 zu 0. In der vierten Minute. Wie gesagt, Leute, tut mir leid für das Achtelfinale. Wird nicht wieder vorkommen. Aber das Viertelfinale ist auch was Interessantes. Was ist denn los hier mit mir? Hier merkt man gar keine Chance. Wir werden ja abgezockt mit einer Mau. Mal kurz die Seite wechseln. Ja, sogar merkt man schon wieder, ne? Dass man hier gegen Weltklasse spielt. Es hat einen guten Grund, dass es Weltklasse heißt. Die spielen hier wirklich... Äh... Realistisch. Profimäßig. Schon fast. Möglicherweise sogar besser als in WeLife. Boah, rennt der fort. Der rennt ja schnell. Ach, wow. Du Kacki-Junge, oder wer war das? Da ist ja jeder schwarz in dem Team. Oh! Gott sei Dank ist der Ball nicht angekommen. Und neuer, ich habe dir schon mal gesagt, geh, du darfst raus aus dem Turn. Du bist ein Abwehrspieler, du zählst noch so als Abwehrspieler. Du darfst auch raus aus dem Tor gehen. Du darfst da auch raus aus dem Tor. Wow! Der ist so offen, der ist so offen, der ist so offen. Wo ist, wo ist, was ist mit meinem Team los? Was geht wieder los hier mit euch? Was macht ihr für ein Dreck? Jo, der, das Ding, das ist viel zu, der ist viel zu gut. Der ist, der ist besser als in WeLife. Das, was war das denn? Soll das ein Foul gewesen sein? Es war kein Foul. Es war erstens kein Foul, zweitens kein Abseits. Okay, Abseits ist das, denke ich, wohl sehr schwer gewesen. Oh, nein, 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 nein. Nachschluss, Nachschluss. Ach, dieser scheiß Hack-Hack-Torbert. Er hat noch Aim-Bot oder so. Das macht keinen Sinn, dass er Aim-Bot hat. Aber es geht 1 zu 1. Ach, ja, ich liebe es. Ich liebe das. Ja, vielleicht was ist zu spielen. Und nur diese scheiß Favoriten, die so gut sind, halbe Weltmeisterstunden 2018 geworden sind, ne? Oh, oh! Ja, was? Ja, was? Das muss ich noch alles rausholen, damit Kurtus, Kurtwitz, was weiß ich, wie der Huchensohn heißt, der Ball nicht hält. Damit der Ball einfach mal reingeht. Und guckt euch diesen Konter an. Naja, ich küsse dein Herz. Ach, Dreck! Scheiße! Scheiße! So, jetzt komm! Komm, 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 komm Also gut. Ja. Kann man nichts machen, hätte der Torwart den nicht gehalten, dann... Hätte ich mich schon dezent gewundert. Ach, der Foul. Was für Foul? Nein, Pass. Der Pass. Der Pass, der Pass. Gar nicht schlecht, der Pass. Ja, nach hinten. Nach hinten zurückarbeiten, Leute. Nach hinten zurückarbeiten. Gut. Nein, nicht gut. Ich muss den Ball bis jetzt erlangen. Ich werde auf jeden Fall meine Ausstellung ändern noch. Zu offen, zu offen, zu offen. Passt auf, auf den in der Mitte da. Ein Foul? Das glaubst du ja wohl selbst nicht, Schiri. Und wieso ist bitte die Mauer da aufgestellt? Als ob der direkt aufs Tor schießt, jetzt mal ehrlich. Von der großen 2008en halb, halb, keine Ahnung. Das ist surreal. Was hier gerade passiert? Oh, Gnabry. Gnabry. In die Mitte spielen. Nein, du kannst doch selbst versuchen. Ja! Gnabry. Gute Chance. Gute Chance. Gutes Tor. Gutes Tor. Es bleibt interessant. Es bleibt interessant. Gnabry. Gnabry, du Ehrenmann. Du bleibst mein Favorit. Naja, nicht so ganz. Gosens ist noch ein wenig geiler. Aber Gnabry. Du bleibst mein Favorit in FIFA. Also in diesem Turnier. Weil du mir den Scheißarsch gerettet hast gegen Belgien. autre stellar. Hä? Lauf, lauf. Ja, 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 ja. Oh, 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 oh. Juh. Jungen, jungen, oh, oh. Aie. Aie, ja, ja. Okay, ja, jetzt, 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 jetzt. Nochmal, einmal nach vorne, vorrücken, vorrücken, vorrücken. Noch einmal nach vorne, vorrücken. Okay. Ja, 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 ja. Scheiße. Wir sind aber auch halbzeit. Okay, ja, hat Zeit. Wissen Sie was, Leute, ich muss ganz kurz auf gar, aber ich werde die zweite Hefte gleich auf meinem Kanal posten. Also bleibt gespannt, wir sehen uns gleich.